hallo und herzlich willkommen zurück zu altes live amma 3 ja wir haben jetzt den arktik befreit in der letzten folge und jetzt haben wir hier gerade den jacks und den den jack und den dadiel abgeladen und der renny ist auch mit dabei der arktik ist mit dabei und der fox ist auch mit abgeladen und jetzt fliegen wir gerade zur bank und jetzt geht's scharf so lassen wir uns die hallo woher die hohe geordneten nur einen Beeil der Allerwilder die Nächste Aufnahmen Papierkorb nach dem war man Jumann hat schon ihr neues Video ja also der der städte als der auch zu beschimmen uns ist es noch kaputt machen okay ich gehe freiblich aufs dach das passt jetzt auch zum singen wer war jetzt nicht wichtig dann hier ist anders ach ja mal normal du hast ja waffe du hast ja waffe alles dabei na ja klar so super dann einmal raus hier und ab geht er peter er hat die geschossen und gesagt so arktik du darfst du die anfallaufgabe übernehmen den resort zu knacken ach das wird aber schon gehört super klappen ja diesmal sind wir nur auf dem dach drauf ja diesmal sind wir nur auf dem dach drauf hast du mir den schlüssel gegeben ja wir können wieder auf dem gefängnis holen wir seh euch ich lass den laufen daniel weil dann ist der tank immer leer und dann können sie auch nicht wegfliegen ok so tragedische einteilung Daniel ist auf dem dach äh Daniel ist auf dem dach das riecht ich geh mit aufs dach in die naja keine zwei auf dem dach um Gottes Willen wir brauchen noch eben ein gebäude ich bin so gut wie sicher tot na wir sind doch wir sind aber vier leute in dem gebäude ja die können ja auch noch von hinten rein oh dein ernst ich muss ja auch noch erinnern was ist ich bin eingestiegen der Hubschrauber ist explodiert das hatte ich schon mal na ernsthaft ja stichbar dick wow da haben wir jetzt das nächste problem dass wir grad nicht von der insel weg haben was macht macht weiter ich spawne in atira fahr zum donater shop und kauf mir schnell einen neuen Mohawk super wenn das eben so klappt ok ähm Daniel dann mal kurz deine oder Fox eher gesagt du hast dir ja auch so schöne tipps gegeben einer auf dem dach einer unten beim Tresor die erstlichen zwei einer Treppenhaus würde ich sagen und einer Hintereingang what the fuck alter ok Arctic Rabbit ist hier Tino kommst du mal bitte Alter was war das jetzt man ähm Alter was explodiert denn hier kannst du bitte geschützt meine Waffe das ist doch kaputt winken was hast du gemacht ich weiß nicht du warst du warst weg und auf einmal du warst wieder da und bist voll auf mir drauf gewesen also da pisste ich jetzt auf meine Tassatur drauf wenn wieder ja bitte nur meine Waffe also wenn das hier noch gut geht ja du bist 60 Meter weit mega weit weg man wenn das hier gut geht ne du musst dann heirate ich dich äh nein das geht eh nicht 39 Merk schon so ja deine Waffe liegt nicht da also das sind wir noch weniger ne ja dann wir haben jetzt noch zu 1 2 3 sind wir hier 4 4 5 aktuell könntest du vielleicht zum Bankomaten fahren ja ok also dann aktuell zu 5 ja ich muss mein neues Auto kaufen Fox ist jetzt gestorben ne Fox lebt noch oder was wenigstens den haben wir noch so also Arctic hier rein noch nicht knacken äh Ener muss wie gesagt auf den Hinnereingang aufpassen das Problem ist äh wenn die nicht wenn die von hinten ankommen durch Third Person siehst du was hier ist also auch was hier unten im Endeffekt liegt das kannst du ja im Endeffekt in Third Person auch so machen das Problem ist wenn überall einer steht meiner Meinung nach es ist äh total easy zu zu äh ist es total easy äh rein zu kommen weil du knallst den einen weg und bist dran bis die anderen da nachrücken pfff weiß nicht äh ne ja aber wenn alle auf den Fleck stehen ne das ist schon klar aber aber also ich also ich ich bin aber auf jeden Fall mal ganz kurz afg ne ja das Problem ist vor allem wenn sie an einer Stelle durchbrechen und dann hier unten äh zu mir kommen ich hab ja hier zwei Eingänge und ich kann schlecht auf beide Eingänge gleichzeitig achten ne ja aber ist das immer plus eher weil die dürfen ja eigentlich gar nicht zu dir kommen sagen wir es mal so und sonst stellt doch was noch vom Eingang ein Fahrzeug vom Haupteingang oder so wir haben ja nicht ja ich hab nur ich hab nur Urka als Blockade auf der Brücke ja dann kommst du doch eh nicht genommen mhm ja scheiße die werden sie definitiv zerschießen oder so aber das ist mir relativ egal also ich kenn's jetzt von den letzten Banküberfällen hier lag einer ich lag immer hier einer der hat dementsprechend hier aufgepasst so der andere die lagen dementsprechend immer einer in der Richtung hier der hat den Dinnereingang aufgepasst dann war noch einer ein Treppenhaus der fehlt uns jetzt im Endeffekt einer auf dem Dach ne ich würde eigentlich gerne auf dem Dach spotten wenn ich auch bin ja gut aber wie gesagt du bist auf dem Dach der erste der weggefehlt sind die so krass ja die sind so krass es geht hier um Millionenbeträge ja ok dann geh ich mal runter das ist ja voll echt hier das ist doch kacke da mache ich nicht mit ich könnte im Mohawk natürlich auch aufs Dach stellen dass da keiner landen kann äh noch besser noch besser aber sobald sie halt anfangen den Hauptrotor zu zerschießen dann roter muss ich halt runter das ist halt die Frage den könnten sie ziemlich schnell kaputt schießen so dann haben wir kein Flugfahrzeug mehr also ich bin jetzt hier gerade im Treppenhaus Randy gut dann würde ich sagen naja gut Octical den scheiß Torsor aber jetzt ja wir müssen halt trotzdem noch warten ich brauche eh noch für vorne und hinten weil ich hier unten alleine kann ja auch nicht vorderen immer Eingang kontrollieren weil die ficken mich entweder von der einen Seite oder von der anderen ja ich würde sozusagen sagen konzentriert euch hier nach hinten weil vorne ist ja Fox wo das um Schneibert ja ja Fox und vor allem und wenn's nach des seh ich nichts mehr gelben ist es vor allem das lustige ist ja wenn sie irgendwo landen seh ich das ja vom Dach aus dann kann ich sagen von wo sie kommen und kann sie unter Beschuss nehmen ich bin ja auch ein theoretisch wenn du mal guckst ich könnte mich auch hier so hinter ein Torsor stellen hier über den Torsor dann hinten auf den Hintereingang ziehen könnte ich auch machen ja das stimmt aber auch nicht ja das stimmt das stimmt gut dann machen wir das dann gut dann Rendy nehmen wir den Vorderausgang im Treppenhaus gut brauchen wir ja keinen einer ist auf dem Dach oben sobald oben auf dem Dach was passiert genau dann nimmst du vorne genau dann nimmst du vorne äh am besten wurde er legt dich aber am besten mal hier so aber Jungs ich bin nicht da dass ich euch die Leute äh wegschieße die was auf euren Hintere sind wo bist du denn? ich ziehe die Sniper weg die was außerhalb sind du schießt die weg ja sofern ich weiß woher die schießen fahr ich hin und erschießt die ja ne 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 Tino hier so hier vorne an der Tür liegt es das kleine Ersten Joseph ja die sind leider so krass gut es wird Nacht ich denke mal jeder hat Night Vision bis der Fox ah ne Fox du hast Night Vision oh ich hab keine ich hab keine mit SDS kann man nicht damit ich hab sie vergessen ich hab den Night Vision vergessen Juts Professionelle Bankräuber ja professionelle Bankräuber wir werden scheitern Arctic fang an Arctic brauchst du Night Vision achso du hast ja auch nicht so ich hab' ich hab' ich hab' okay die Bank wird ausgeraubt sieben Minuten 15 Minuten müssen wir durchstehen also 22 sind wir im Endeffekt damit erfolgreich durch so ja na gut wir setzen schon mal wetten Tino was willst du eigentlich noch alles drauf verwenden das mal verlieren diesmal gewinnbar hab ich immer ruin oh mehr ruin ja ihr könnt mir mein Kaffeesatz heute verraten es sind doch etwas wenige vier auf der Insel einer außerhalb dann ist Jack irgendwo und John Kane auch irgendwo ja na ich glaube äh John Kane holt den Hubschrauber ne ja aber ich sag's euch so wie Sissi ihr werdet das nicht schaffen ich weiß schaff mal let them give it a try aber ich sag immer da gute Wille zählt warum soll man das nicht schaffen freilich weil einfach jeder Cop kommt wie sind's denn aktuell überhaupt vier sieben elf vierzehn ach na dann gegen fünf Leute läuft ja dann musst du gut snipern dann musst du gut snipern ja toll schieß ich einmal und dann haben sie meine Position dann bin ich weg äh Fuchs erinnerst du dich noch als wir mal gesnipert haben auf die Bank und da lag dieser eine Mensch direkt neben uns und wir haben erst bemerkt dass der Bankraum schon vorbei war ja wir haben mit allem zusammen gesnipert das war er Mr. Ohn glaub ich oder genau ja ja so na ich bin gespannt ja die brauchen erst mal ca 5 minuten brauchen sie erst mal um hierher zu kommen soll ich mal spaßenshalber eine Nachricht los schicken nähert euch nicht der Bank wir haben drei Geiseln die sterben nö äh schreibt einfach nähert euch nicht dem Salzhändler oder so oder der Sandmine oder wir haben drei Geiseln an der Sandmine das ignorieren die eh jetzt das ignorieren die jetzt weil die 100 pro sagen das ist eine Ablenkung doch doch glaub ich mir ja einfach drauf schassen aber warte mal ich schreib mal spaßenshalber erst das mit der Geiselnahme los wagen dann 2-3 minuten und dann machen wir den Banküberfall der ist ja schon gestartet richtig achso ja ja der Banküberfall läuft ja 13 minuten lass den Tino einfach mal schreiben wenn dann als Rückantwort kommt haha lustig weil weil Sören wird hundertprozentig sagen ja Tino ist klar aber Patrick ist nicht on wieso ist Patrick nicht da er ist gut Patrick hat immer die große Knüfte die ach doch Patrick ist da hm so dann schreib ich mal nähert euch nicht der Bank dann sag ich's mal noch mit dir äh und ich schick meine Message sobald sie den Helikopterbank nähert wird er beschossen Bank nähert euch nicht Bank sonst droppt ne Nuker wir haben Geiseln die die und eine Nuke soll ich schreiben 3 Geiseln und eine Nuke Lass es bei 3 Geiseln ach komm jetzt hör auf bisschen Spaß ja dann lass es und vielleicht haben wir noch 3 Nutten Mann wir dann kommen sie erst recht der davor stein Hemming wird wird noch einer bei die Zeit beschlagnahmt wer denn hast du abgeschickt äh und ne schreib am Ende schreib am Ende noch adula habwa oder Allah habwa was weiß ich achso ne warte mal ging nicht warum nicht was ist das für ein scheiß ach jetzt ist Patrick nicht mehr on ne ne nicht privat über cop message ja hab ich doch aber Patrick ist nicht mehr on ähm das macht nichts ein text police message ja dass das alle polizisten ich hab jetzt auf jeden Fall schon mal abgeschickt dass ein helikopter der den dieser banken hat sofort beschossen wird ja das ist dem glaube ich so egal also ich bin auf stand by und erstmal kurz dann töten wir die drei geißeln sofort alright nähert euch nicht der Bank an sonst dann töten wir die drei geißeln sofort und was und los mechi so ich hab jetzt mal geschrieben Allah ist mächtig mächtig an Geld die Ungläubigen werden sterben schachos schreib noch los ich schreib noch los mexicanos mochachos hast du mich raten du magst Mexiko äh ne ja geht so ja ne das liegt vielleicht daran ich hab äh vor zwei Tagen den Film Machete gesehen kennt ihn einer nein ja ist so schlecht oh da kommt wer da kommt wer da kommt wer da kommt der Auto bei mir vorbei das ist Nio Sabine hab ich ja schon mal gesagt dass Tino ohne Night Vision grad mal so aufgeschmissen ist weil ich ich seh grade mal dass es aktuell richtig finster wird lass mich in Ruhe Moment er macht unsere Sicherung oder? nein nein Tino jetzt sieht Tino gar nicht mehr also bei mir ist noch hell ich seh was ja also bei mir ist grad komplett finster deswegen Night Vision ja jetzt ist komplett finster wer hat noch ein neues paar Mal der Stampert den Weg aufs Dach findet um in den Heli anzusteigen mit dem Geld also hier von meiner Position aus gehts echt noch der im Tresorraum gibt doch mal bitte einfach das Nachtsicht an und weck mal hin ist weiter er hat ja keins ne 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 ja nicht ja nicht aus dem Tresorraum bewegt ne warte ich komm ich komm er soll da reingehen ja einmal in den Rucksack bitte ja warte da 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 schieß einfach los wenn wir los schießen ist drin? ja ist drin ja ne ich kann ja aus dem Tresorraum echt noch gut rausgucken ähm da fährt noch immer der Nio herum mit seinem Geländewagen ich glaub der fahrt zu euch rüber ja dann müssen wir den mal töten neun Minuten weiß nicht was der macht neun Minuten oh das sieht doch gut aus sobald er sich nähert geb ich nen Warnschuss auf ihn ab ja lass mut Schatz auf er hat angehalten von dem Schlachtradzaun ja gut er darf die Ecke oh wer ist denn das wer ist denn das wer ist denn das hier kommt doch jemand oder? vor ne Brücke ja ja sie ist ja auch froh da er ist ja froh da ich glaub der hat sein Auto kaputt gemacht ne 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 ich geh nen Warnschuss ab ja ok ich glaub der fährt weiter er hat das schlichtaus gemacht oder? ne 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 der fährt weg oder? oh ja jetzt ist bei mir auf jeden Fall schlagartig dunkelborn jetzt gerade erst ich hab jetzt einmal vor ihm geschossen und einmal auf seine Motorhaube also wenn du Schüsse hörst halt einfach drauf ok jetzt seh ich gar nichts mehr also ich äh es ist zwar arschdunkel aber ich kann noch erkennen wenn da hinten was reinkommt ok Fox du siehst nix mehr Fox du bist auch blind ah der Nio ist direkt in die Bullen reingefahren aber das Problem ist ich hab was endstatt Fox die Bullen nähern sich mit dem Opfer oder der Hauptstraße lang aber Nio hat die gerammt und jetzt wollen sie hängen sie sich erstmal an Nio dran ist das geil ah die denken bestimmt der gehört zu mir äh zu uns warte ich kann probieren die auszuschalten das gibt es ein Stück mach 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 schnell mapmacker mapmacker die sind an der Brücke Richtung gas station die sind viel zu weit weg schreib mal noch ne Nachricht aber wir sind gerade mit dem Part ich weiß nicht Tino wollen wir uns den nächsten Part weiter machen ja können wir gut dann würde ich sagen ah ja verabschiedet sich ihr sollt dranbleiben ansonsten sterben alle Allah Aqua warte Allah Aqua ach so Entschuldigung es sind vier Cops so ok ja liebe Zuschauer danke dass ihr zugeschaut habt wir hängen hier grad so ein bisschen in der Bank rum und äh knacken den Tresor und das machen wir natürlich im nächsten Part auch noch und da werden wir noch ein paar Cops wegrotzen hab ich so im Urin bis dahin euch noch einen schönen Tag tschüss tschüss tschau